Hey, Tschöne Marius. Ich habe eine Geschichte hier. Eine Geschichte. Eine gute Geschichte. Positive Geschichte. Das ist eine Geschichte, die die abgüren und die Städte aufbringen. Ich würde die Teller in den News-App alle Notifications aufmerken. Das sind sie abgestalten, die alle daumen nur reichen bringen. Und das passiert auch genug damit. Aber das sind gute Dinge, was da passiert. Und das ist auch gesund und uns, und uns charper, und uns denken, wenn wir gauere Geschichten hören. Wohre Geschichten. Ich rede nicht bloß von Fantasies, die never passieren, die uns bloß noch mal abträumen können. Ich rede von Wohre Geschichten. Die passieren wirklich. Von der 2020. Einmal kann ich Geschichten lesen in der Bibel, und dann denke ich so, man, sind die passieren von der Wohre. And they don't. Das sind ein toll, ein toll gauere Geschichten. Und ich finde ich, ja, mit dem wird vertellen. Ich habe immer wieder davon, so ein Beleben, also passt die Geschichte, wo ich lesen, ist, wo Menschen Dinge taupe daun. Und die haben, wo ewig für den Nächsten. Die bringen Dinge taupe, wo das nicht haf. Und so ein Haupen, wo das narrow Kontraue geben. Wir haben das und immer erlebt. Hier haben wir als ein Haus, bei einem bisschen noch ein Lied. Und das ist eine Lied, wo ich noch mit Pochendau, wie ein Eindenk. Wie ein, das so beruf sind, und haben immer in ihr Leben, und schärgern gemerkt. Da wollen sie konzentrieren an der Bautschöf von Hoopning. die Friede, mit Gott, und die Vergebung, die wir haben mit Gott, dort, dabei bringen, wer das noch nicht haf. Sieh, in der Kirche, die kämmert sich an die Apprede, wo du zuhlen, wo du sehr fähig hast, dass du wohnhaft, die du erleben hast. Aber wer kämmert sich an die Missionoren, wo du in die ome Stere, in die ome Rangen, in die ome Rangen, in die Darpe vor. Wer kämmert sich an dich? Viele von dich sind, ohne Pfattig, ohne Hüß, für alle. Aber da haben sich das persönlich genommen, wo Jesus sagt, gut in all der Welt, und prägt das Evangelium, und leert dir, was er kennenzulernen hat. Das soll das vierte Missionor Hüß, wo wir haben können, sagen können, ein Staub auf einmal. Das wird ganz nahe allmählich, hier in Ansegerend, den Hüß zu kommen, wenn ein Dachlund 250, ein Dachlund da ist. Und wir haben das, in der Kirche, in der Kirche, wo wir ein Dachlund zu tun, und dann wird der andere, mit der andere Taub, und dann wird der andere. Das ist das vierte Hüß. Ich kann euch mit dir etwas gewiesen, von dem Hüß, wo bloß, nicht nur sehr viele Menschen, Taub, haben diese Lied ein Hüß gebeten, und wir schaffen, da haben wir mit den Bühnen. Das ist dann bloß der Schal hier gebeten, wo wir glauben und wundern, wo wir die Vorrichter das haben. Ein paar Stöcke, die betohlen die Smenten der Wägenbühnen. Twei Stöcke, zwei Personen, die geben die Fenster, in der Deren. Die bieten die Fenster in der Deren. Eigentlich werden die Bleichbluten ab, die Daten ab, und die geben uns diese Bleichbluten. Die sind eins noch ganz fern, die sind lacherig, wenn andere geschrieben werden, aber die können wir gut patchen. So die haben ein Dach, drei Stöcke, die in die Smentenflur betoren. Sie finden auch, haben diese Liederhübungen, dass ich einen Dach in der in den Hüsten entdecke. Merkwenn ich von dir, dass das, wo wir in den Hüsten wohnen, dass wir in den Hüsten wohnen können, einen Dach, dass wir sehr verwirrt. Ein Ding, was mir an der Schule wird, von hierher anzugehen, ist, wenn irgendwer zum Glaubenschein, ein Dach, der wir in die Europäische Missionare, dem Lehrer. Was da passiert mit dir ist, wenn ich dort, der Karnamische Leo, der Lohnsäure, der Oberbürger, dann fuhren die alle weg. Und ich kann auch nur gedräumt, dass dort, dort dürfen andere, dass die können hierbleiben. Und weißt du, was mit mir der Taub? Ich kann das Haus haben. Und das, wort ich sagen, jetzt einmal wieder vor euch. Irgendwie habe ich vielleicht an der, der Hall von den Unterbänden, ungeschrieben. Ich sieht nur noch, dass jemand wird in eine andere Halle. Und ich sage, jetzt habe ich hier vielleicht eine Stube anbühlen. Und ich habe auch eine Bordwunde gejagt. Ich sage, ich habe für dieses Lied in Hüstbühlen. Und die waren hierher wieder drückt geblieben. Manche Menschen, das ist ein Spanischer Lied, sei es von Guatemala, sei es von Nicaragua. Und ich habe auch noch die Zeugnisse getan von der Geschichte. Aber das ist eine Gauri Geschichte. Das passiert von dir auch. Menschen, die geben, halten mit. Und dieses Lied, die dann alle Werk nehmen Menschen öffentliche mit. Nicht mehr in Christen, wo das alle hundertmal gejagt haben. Machen nie. Ganz frische. Und das ist frem für dich. Und dann darfst du nie nie krissen, nie leben. Das wird dieses Lied dann tun. Wenn du ein Jahr hier ein Klima gemacht haben, hier für dieses Lied, hast du ganz so gelehrt. Dankeschön, verheirchen. Und sieh positiv. Und fällt dir mit Gauri Geschichte. und sieh printing. Lied. Und wenn wir hier die Kannte eingehen. Vielen Dank.